Pfeili sind immer gut Probieren wir es einfach Hier sind so viele Eingänge und Hier waren wir So jetzt glaube ich waren wir überall Fast So wie viel haben wir denn von den Pfeilen 19 So Sturmgewehr Waffe modifiziert Maschinengewehr zu Sturmgewehr Gemeistert Ja Wahnsinn So Laufmantel Ein Laufmantel der die Bedienung erleichtert Und dadurch den Schaden erhöht Alles klar So was haben wir hier noch Gar nichts Wo ist das Schwein Wo ist das Schwein Komm her Schweinchen du bringst Fuß Gute Erfahrungspunkte Na guck mal da Junge ich gib dir Gute Waren wir nicht hier? Doch, natürlich waren wir hier. Waren wir nicht hier? Okay, wir hätten auch hier entschießen können. Äh, 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 äh. Hm, weg ist er. Nein, 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 da kommen wir doch her. Ja, das Blöde ist immer, dass wir immer alles durchsuchen müssen. Dann wären wir, glaube ich, schon längst durch mit dem Spiel. Okay, hier kann ich nicht schießen. Okay. Okay. Okay, da kommen wir nicht hoch. Ach, geht doch nicht runter, Mädchen. Okay. 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 Geh auf! Geh auf! Oh Gott, oh Gott. Was könnte aus der Yuan-Dynastie sein? Vielleicht aus Kublai Khans verlorener Flotte? Oh, warte. Es ist eine Fälschung. Made in China. Das ist eine Fälschung. Boah, hau doch nicht ab. Wo ist denn jetzt das eine Schwein? Ach so, da. Und kein Schwein hier. Der hat uns aber jetzt richtig geflaxt, hä? Oh Mann, das war eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Wrath irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt der eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Ja, ist es denn? Dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Huchensöhnen. Es wird sein wie früher. Nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. So, Pfeile haben wir voll. Ja, irgendwie sieht fast alles gleich aus. Warum weiß ich jetzt auch nicht, waren wir hier drin, waren wir nicht hier drin? Mittlerweile sind wir über 100. Wir räumen den alten Palast frei und beginnen bald mit dem Bau einer Stadt am Fuße des Berges. Die Japaner haben hier vor Jahren ein Frachttransportsystem errichtet, das wir in Stand gesetzt haben. Matthias sagt, wir bauen zu Ehren der Sonnenkönigin, wie bei einem antiken ägyptischen Monument. Aber mir ist klar, was wirklich vorgeht. Matthias schindet Zeit. Das gewaltige Projekt soll alle nur beschäftigen. Trotz der Rituale, der Stürme und der Hinrichtungen, werden sie sich irgendwann gegen ihn auflehnen. Und wenn das geschieht, bin ich bereit, das Kommando zu übernehmen. Okay. Kann man jetzt auch eigentlich mit den Pfeilen... Es geht! Das freut mich. Das freut mich wirklich. Das freut mich. Das freut mich. Okay, ich denke mal, wir haben alles durch, was wir nur durch Ja So, dann gehen wir nochmal zurück zum Lager Okay, 380 Haben wir alles Schrotflinten Upgrades Was haben wir hier? Hier haben wir auch alles Hier haben wir auch alles So, volle Drossel Fügt ein, alternativen Feuermodus hinzumit, welchen ein grosser Reichweite erzielt wird Und das ist gepolstert der Griff Ach, wir brauchen 400 Ja, pass auf, komm, machen wir erstmal gepolsterten Griff Egal So, dann hätten wir das auch Dann brauchen wir nur noch volle Drossel Okay, da hinten Dann haben wir schon mal